So, herzlich willkommen zu Teil 2. Eben war der Speicher voll und deshalb ist das einfach mal abgestürzt. Aber nicht abgestürzt komplett, nein, es ist einfach nur jetzt Teil 2. Das machen wir jetzt auch nicht so lange. Wir eigentlich den Brot alles noch mal neu aufnehmen, aber das wäre zu schade, weil dann habt ihr unsere Emotionen gar nicht drauf und so. Mit den ganzen Erkunden und sowas. Hi! Okay, also wie gesagt, das ist jetzt der zweite Part. Ich lade das dann einfach in zwei Parten auf. Dieser hier wird nicht ganz zu lange gehen, weil wir hochauflösend aufnehmen und das verbraucht natürlich mehr Speicherplatz. So, also ein paar Minuten haben wir noch. Und ja, vielleicht verbinde ich auch die Videos und dann passt das auch schon. Also wie gesagt, wir sind eben abgestürzt oder sonst was. Der Speicherplatz war einfach voll. Ja, und ja, hier könnte man genau was hinmachen, was zaummäßig ist, damit der Wasserfallein nicht abdriftet. Weil das kann schon in Ernstfall ganz schnell gehen, wenn ich jetzt hier so renne. Na gut, dann kann ich durchtauchen, das ist auch okay. So, wie gesagt, Engelchen, wir halten uns jetzt kurz. So, lass uns jetzt. Okay. Das ist ein Skelett da oben. Guck mal. So gut. Monsterparty. Ne Mini-Monsterparty ist ja nur eins. Warte mal, ob das mich wohl wahrnimmt? Warte mal. Wolltest du mit nach oben kommen? Guck mal, nimmt das mich wahr? Warte. Weil ich bin ja jetzt ungefähr drunter, glaube ich, ne? Aber ich sehe nichts. Bist du schon oben? Ach, da oben bist du. Und, siehst du das? Nein. Komisch. Ist hier die Treppe. Nein, das ist einfach nur Dingslager. Einfach nur Steigenlager. Vielleicht hier nicht überall naturell abbonnen, Leute. Ach so. Was soll ja zugegeben, oder? Ist ja schon zu. Schwach. Das war schon artig. Was ist das hier irgendwo? Du hast doch hier irgendwo eine Leiter noch oben hingebaut. Ach, da hinten ist die Leiter. Gut, ich blicke hier jetzt schon nicht mehr durch. Also, wie wird das erst, wenn... So, ich komme auch mal nach oben hin. Wo schauen wir mal mein Schwert? Binderengelchen. Ja. Hinter mir. Wo? Da hinten ran, da wird einer. Hinter dir. Na, die haben sie ja nicht wirklich viel verändert. Nö. Da ist das Skelett. Ich meine, ich will sie nicht angucken. Endermen. Nö. Vor allen Dingen, hier sind die ein bisschen härter als in LocoCraft. Nö. Endermen. Aber hier müssten sie eigentlich Dings drücken. Enderpearl. Nö. Das stimmt. Kommen wir hier auch irgendwie da runter? Ja klar, ich bin doch eben auch schon da runtergekommen über die Falltür. Ah, ne. Ja gut. Willst du hier abtauchen oder wie? Ich habe das, was ich haben wollte, geholt. Ach so. Da ist alles. Guck mal, das ist in Ruhen hinten. Hm? Wo? Ich gucke mal von oben. Von uns unten. Ach ja, da hinten. Ich sehe es. Oh, nicht schlecht. Na gut, das Vieh kann ja fliegen. Also das hat schon einen gewissen Vorteil. Ja gut, dann komme ich jetzt auch runter. Ich versuche es zumindest. Über die Leiter. Ja, erstmal da reinkommen. Das ist wieder die Königsdisziplin für mich. Du weißt doch, ich habe es nicht unbedingt so mit Leitern. Sondern wenn das Loch so, äh... Ja, wir springen mal drüber. Wahrscheinlich mache ich den... Mache ich die Klapptüren da weg. Die Klapptüren sind, glaube ich, das Problem. Moment, ich baue sie ab. Nein. Okay, ich baue sie nicht ab. Mach ich. Aber weißt du, ich baue die Fackel da ab? Ich habe da schon einen Plan. Nee, nein. Und gehe einfach von der Seite aus rein. Ich mache das hinterher so. Ich baue da ein kleines Häuschen hin. Das geht natürlich auch. Aber ich habe ja schon abgebaut von der Seite. Ja, aber damit wenn wir, ähm... So. ... oben hochgehen, dass uns nicht sofort Monstern gehalten kann. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin offen wie ich nach unten. Du musst das mal gleich eben an die Fackel nehmen. Ja. Oder hier voran setzen. So, jetzt bin ich ganz unten. Ja, ich bin mal von Mittler. Ich bin bei uns. Achso, dann warte, ich komme hoch. Soll ich über den Wasser fallen mal? Ach, nee, lasse ich. Erstmal nichts riskieren in der ersten Folge. So, erste Ebene. Also von unten gesehen, mittlere oder wie oder was? Ah, ich glaube, ich habe die schon. Da bist du. Da, hier vorstellen. Haushuhn. Horst. Da, Horst. Hast du auch gebraucht? Nee, der steht hier vor der Tür. Dann lass mal rein. Aber warte mal. Ich hab ein Ding zusammenkommen. Ich auch. Da ist es doch schon. Horst. Komm rein, Horst. Na, Gott. Ja, wer du oder ich. So, jetzt haben wir Horst hier. Ja, gack, gack, gack. Genau. So, Horst macht Herzchen. Horst mag uns. Mag dich. Ja, ich hab mich auch gefüttert. So, wie gesagt, falls das eigentlich funktioniert, da ich das hier als Part 2 hoch, ich versuche die Videos aber zu verbinden. Joa, dann wisst ihr Bescheid. Dann sagen wir für jetzt erst mal Tschüss, bevor uns wieder alles abstürzt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Minecraft. Hi, Hünchen. Horst. Hünchen. Genau. Und Tschüss. Psst, Horst. Guckst du nochmal zu mir? Horst die Lein. Fein. So, und Tschüss. Horst. Hühnchen. Hüa.